Ich habe hier ein Plakat mit dem Wort Danke. Und dieses Danke kommt von den emsländischen Sportlerinnen und Sportlern an die Sponsoren der Emsländischen Sportstiftung, die auch in Zeiten von Corona gesagt haben, wir bleiben der Sache treu und setzen uns weiter finanziell ein. Und das nehme ich zum Anlass, ebenfalls den Sponsoren zu danken für ihr Engagement, aber auch unseren Sportlerinnen und Sportlern zu danken, dass sie ebenfalls den Kopf nicht in den Sand stecken, weitermachen, weiter trainieren. Der Sport im Emsland ist wichtig und er wird wichtig bleiben.